Wir tonisieren jetzt unseren Trizeps und der Rest muss alles halten, wie immer. Bauch weit im Schultergürtel, Länge in der Wirbelsäule. Fühle und stabilisiere die neutrale Wirbelsäule. Und dann mach wieder eine Pause, eine wohlverdiente Pause. Strecke deinen Rücken, halt ihn gestreckt. Wie tief kannst du gehen? Was schaffst du zu halten mit deinen Bauchmuskeln? Hier helfen die Bälle, die machen es nicht schwer. Das ist mein Gegengewicht, absolut. Wenn wir nämlich die Arme zu uns heranholen, probiert mal aus, wird die Übung schwerer, nicht leichter atmen. Ein, als würde dich einer hochziehen. Mach es mit Leichtigkeit, mit gedachter Leichtigkeit, obwohl es ja eigentlich die schwere Bewegung ist. Verknüpfe sie mit deiner Einatmung und wachse hinauf. Super, jetzt lass deine Arme, wo sie sind.